Guten Tag, mein Name ist Vicky Kriebs, ich bin Schauspielerin, die ist vor allem beim Film und ich nehme meinen Beruf sehr ernst. Ich fühle mich dort sehr wohl, da ich von Kindheit an menschenscheu bin und ich habe dort einen Platz gefunden, wo ich meine Angst vor Menschen ausleben kann, wo ich die nötige Entfremdung und auch Entfernung von Menschen wahrnehmen und auch ausleben kann. Ich persönlich finde in dieser Zeit, haben wir alle gesehen, wie gut das tut, sich endlich etwas zu entfernen, zu entfremden, den anderen nicht immer an sich heranlassen zu müssen. Vor allem, man weiß ja nicht, ob die Menschen gewaschen sind, die einem begegnen, was mit so einem Mensch alles passiert ist und was der alles von einem will. Auch die Masken finde ich sehr hilfreich. Jetzt muss nicht immer jeder Mensch etwas zu mir sagen wollen, mich anlächeln, mich angrinsen. Vielleicht liegt etwas auf seinem Herzen und er möchte es mit mir teilen und ich muss das nun alles nicht mehr annehmen. Ich kann mich getrost hinter eine Wand aus Schutz und Regeln zurückziehen. Zum Beispiel habe ich immer die Angst gehabt, wie soll ich mit anderen Menschen kommunizieren? Wie soll ich mich immer stetig in andere Menschen hineinversetzen? Wo kommen Menschen her? Wer sind diese Menschen? Aus welchen Welten stammen sie? Was möchten sie von mir? Am Ende wollen sie vielleicht sogar meine Hilfe, aber ich habe gar keine Zeit. Ich habe auch vielleicht gar keine Lust. Und endlich kann ich mich getrost auf das verlassen, was jemand für mich aufgebaut hat. Ein Schutzwall, eine Schutzmauer aus Masken, Regeln, Zahlen und Abmachungen. Das finde ich persönlich sehr hilfreich und ich würde diese Maßnahmen sehr ungern aufgeben. Darum wäre ich froh, wenn wir uns alle weiterhin vernünftig an die Regeln halten und uns weiterhin aus dem Weg gehen. Bitte bleiben Sie gesund und halten auch Sie sich an die Maßnahmen. Danke.